Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Regionalexpress der RE 13 nach Hamm und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Beste Reizigers, willkommen in der Regionale Trein RE 13 nach Hamm. Wir wünschen Ihnen eine schöne Reise. In Kürze erreichen wir Kaldenkirchen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Reihel, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Beusheim, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Döken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Viersen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Mönchengladbach Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Neuss Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Düsseldorf Hauptbahnhof, Sie haben Anschluss an die S-Bahnen und den Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Düsseldorf Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Wuppertal Vorwinkel, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Wuppertal Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Wuppertal Oberbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Schwelm, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Hagen Hauptbahnhof, Sie haben Anschluss an die RB 52 Richtung Lüdenscheid und an den Re 16 Richtung Siegen mit Zugteil nach Iserlohn. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Hagen Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Schwerte, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Holzwickede, Dortmund Flughafen, Sie haben Anschluss an die Shuttlebus nach Dortmund Flughafen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir UNA, Sie haben Anschluss an die RB 59 Richtung Soest. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in UNA, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Böhnen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Hamm Hauptbahnhof, Sie haben Anschluss Richtung Paderborn, Münster, Bielefeld und Essen. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Hamm. Dieser Zug endet hier, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre persönlichen Gegenstände. Hamm Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für Ihre Fahrt mit der Eurobahn. Auf Wiedersehen.